Drecks Martin Hallo grüß euch Leute hier ist Michi von Rush Brothers und hab heute ein Video für euch und ja Leute heute spiele ich einfach mal eine ehrliche Runde in Black Ops 3 Public und wir sehen uns gleich in der Runde So Leute das sind wir in der Runde auf Hunter, ich spiele hier mit der LV8 Ballistik die ich schon sehr lange habe Ich bin Peckluck in Person wenn man das so sagen darf, alles klar es ist so verbuggt Keine Ahnung ihr werdet das nicht sehen aber bei mir ist es so Dadurch dass ich aufnehme ist der In-Game Sound mit den Aktionen kann man sagen ein bisschen unsynchron und das ist richtig ärgerlich Wo läuft der hin? Ähm naja Wenn man zum Beispiel schießt, ich sehe wie die Waffe schon schießt aber höre den Ton einfach ein paar Sekunden später und das ist richtig ärgerlich Ja wahrscheinlich Ich meine es ist so verschwitzt das Spiel Keine Ahnung ob es nur uns so geht Zu mir Sepp und Stöck ist das auch aufgefallen Man kann Black Ops nicht mehr gechillt zocken Ich meine ja Ego-Shooter und so kann man nicht gechillt zocken Ah es sind so viele Schwitzer unterwegs, so viele Tryharder Und das fuckt mich richtig ab Ach ne ja wahrscheinlich Läuft mir drei Kilometer hinterher Ja wahrscheinlich oder Mustasa-Style ist da Alles klar Von wo? Ja wahrscheinlich Ich hab so Pech heute Ja wahrscheinlich Ey Ne Das Spiel ist tot Das Spiel ist gestorben Guckt euch die Schwitzer an, Digger Nicht mehr normal, Alter Ach meine Frisse Ist das Spiel verschwitzt Geht das wirklich nur uns so Oder ist das bei Leck mich Wo ist denn der hin? Ja Kinetik, Mann Oder ist das bei euch auch so Dass ihr nur mehr So scheiß Lobbys findet Alter, guckt euch den an Ich tryharder Das soll leben gerade Alles klar Eben ist da Feindliche Drohne gesichtet 6 zu 9 Wem ist da? Ah, guckt euch das an Und mal wieder ein Deutscher Die Deutschen sind so gut, Alter Ey, ey, ey Egal Guckt euch das an Solche tryharder Habe ich schon lange Nicht mehr gesehen Alter Feindliche Drohne nähert sich Ja, wahrscheinlich Guckt euch das an, Digger Was ist das? Sorry Echt nicht mehr normal Wow Hey Mann Das ist so verschwitzt Man kann es nicht mehr spielen Ich wechsle zu FIFA Alter Guckt dir den an Konter Drohne nähert sich Ja, ey Komm, verpiss dich Nicht normal, Leute Wirklich nicht normal Ich komme da bestimmt Ja Nicht mehr normal, Alter Ey, guck dir den Spasten an Da hüpft herum wie so ein Flummi, Alter Wir werden hier abservieren Ey, meine Fresse Drecks Martin Ey, was soll das Och, meine Fresse, Alter Nie wieder Black Ops, Alter Wenn das so weiter geht Guckt euch die Scheiße an Feindliche Hellstorm über uns Ja, Digger Deine Mom ist bestimmt Scholz auf dich, Alter Meine Fresse Meine Fresse Ey, verpiss dich Verpiss dich Nee Rest in Peace Call of Duty Black Ops 3, Alter Rest in Peace einfach Ja, Digger 919 Ist da Ja, Leute Wenn es euch trotzdem gefallen hat Und wenn ihr auch Meiner Meinung Also unserer Meinung seid Dass Black Ops 3 einfach komplett verschwitzt ist Dann lasst Eine positive Bewertung da Abonnieren nicht vergessen Schaut beim letzten Video vorbei Tschau Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.